einen wunderschönen guten morgen wir sind jetzt bei drei strich 1 und alles was jetzt kommt habe ich absolut keine ahnung ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht gespielt als ich weiß nicht was da abgeht ich weiß ohne mich würdest du nie daraus gehen das ist doch scheißegal fakt ist ja genau moment ist weiter entfernt was ich dort eingestellt habe egal futzbums egal drei strich 1 also ich bin gespannt ich habe es noch nicht gespielt auch damals in dem ding nicht also das geht ja mal gar nicht die knarre also wir waren in der gegend der bastard hat einfach mal ein truck geklaut das geht ja mal gar nicht das einzige was er da oben braucht ist eine holzkiste gruselig ich habe gesagt dass er dort ganz allein ist und ich wollte nicht wieder zurück ich habe die scheiße da wieder das passiert mir nicht noch einmal denkt euch gut ein die erde ist wütend da oben ach quatsch ich muss jetzt mal gucken wo müssen wir die überhaupt tiefe dämmte scheiße ich denke mal drunter oder oder die walfe so es hängt mir noch mal ein bisschen genau schafft ich auch mal was ab geht weil ich gut ich es ich 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 muss jetzt mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen, weil ich, äh, wie gesagt, äh, das kenne ich alles jetzt nicht mehr, also, ich habe keine Ahnung, was abgeht. Der hockt da auf der Bank und macht sich hier ein gemütlicher. Den Helmer. Oh. Oh. Vollräfer. Läuft doch ganz lustig. So ein Stacheldraht-Scheiß kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Mal gucken, ob es da vielleicht irgendwas gibt, was lustig ist. Das da zum Beispiel. Der macht ein Grätschiff. Da. Oh. Ich habe einen Bräder. Oh. 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 Also anscheinend müssen wir da lachen. Was ist mit Muni? Danke. Das muss ich verpasst haben. Ich erinnere mich nur an scheinheilige, egoistische Arschlöcher und Ruhegewalt. Was ist das? Du kratzt, ich über das Hochfalle. Oh, der ist wieder ins Krause. Da ist kein Name drauf. Luder, du. Habe ich. Ich meine so, bleibli. Hier ist ein Arsch. Den habe ich. Oh. Blöde Dreckzau, ey. Zing. Alles Herr mit dem Scheiß. Hier eine Menge Kugeln. Was? Entschuldigung, ich habe doch alles getan. Da ist die Klose und Rude Washer. Oh, ich bin wirklich glücklich. Was ist die Fluss und Rude Washer? Mann! startet die mähdrescher ernsthaft und wie geht natürlich nicht das heißt wir müssen doch jetzt durchlatschen irgendwie ich leid Den hab ich erwischt. Den hab ich erwischt. Aaaaah. Aaaaah. Mix für mich. Wenn das mit einem Loch bleibt, ist das hier. Erreiche den Schutzraum. Oh, was ist denn das? Wieso muss die blöde Drecksau eigentlich immer auf mich rennen? Kann man das wirklich nicht mehr verraten? Set sie klug ein, sonst kriegst du keine mehr von mir. Ist das meins? Hier entlang! Ich empfange ein Signal. Die Infizierten können uns nicht mehr schocken. Man munkelt auf den leeren Straßen. Die Infizierten sind zurück und fiesern als zuvor. Also, Obacht geben! Schieb mal den Hocker vor das Radio, lieber Hörer. Wo kamen diese Dinger her? Ja, das ist die große Frage, oder? Doch unmöglich von diesem Planeten. Und zack, ist die ganze Welt in Quarantäne. Überall Infizierte. Vielleicht hat die ganze Umweltverschmutzung genau das verhindert. Ich denke mal, der Schutzraum ist irgendwo da oben. Was ist das? Was ist das? Also, hier halten wir nicht an. Ich bin sehrkat. Ich bin schon in der Schule. Ich bin sehrат. Ich bin sehr glücklich, hier. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Es geht mit der Kurve. Ich bin sehr glücklich. Oli der. Nein! Heilig ist das sitz! Ich muss ja dieser blöde Schutzraum sein, also. Oh ja, es ist J-Man Zeit. Neulich habe ich was gesehen und habe eine Tour riskiert wegen Feuerholz und da war es. Groß wie die Sünder und hässlich wie Krebs. Es erinnerte mich an die alten Sci-Fi-Filme aus den 50ern, die ich mit Dad gesehen habe. Nur die speziellen Effekte. Wir waren um einiges besser. Also, was steht ob ich an dem... ... Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Alter, f*** dich! Ach, da ist er ja endlich, da rennst du ja fünf Kilometer durch die Gegend, Läufts! Jo, damit ist der erste Teil erledigt von 3-1, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, macht einen Daumen nach oben, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, 3-2, wartet, ich sag hier an dieser Stelle vielen Dank für das Einschalten und bis zum nächsten Mal!